Willkommen beim Erfolgspodcast für mich zum Schotter. Mein Name ist Michael Kotze und es ist mir eine besondere Ehre, heute Sebastian zu interviewen. Es geht um Mindset, dass du dranbleiben musst, auch mal zwei Jahre, um deine Träume zu erfüllen und eine tolle Möglichkeit, um Geld zu verdienen im Internet. Sei gespannt und es ist mir eine besondere Ehre, wie gesagt. Und ab geht's. Und lass ein Like da und über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Viel Spaß bei der Show. Ja, willkommen zu dieser Podcast-Folge und ich habe heute einen ganz spannenden Gast. Wir sind jetzt seit ein paar Monaten eigentlich schon im Kontakt. Getroffen haben wir uns auf einem Event und wir haben uns sofort verstanden und sind uns seitdem echt so ein bisschen am Austauschen auf Augenhöhe. Und er hat ein ganz geiles Geschäftskonzept. Aber stell dich doch mal selbst vor. Wer bist du? Hi, ich bin Sebastian Glöckner. Ich bin hauptberuflich Projektmanager. Also ich bin Informatiker. Ich habe Informatik studiert und war sechs Jahre lang Unternehmensberater. Und habe mich dann hochgearbeitet, so die Karriereleiter und war immer happy und immer quasi habe versucht, das nächste große Ziel zu erreichen, die nächste Gehaltserhöhung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das war 2014, dass das Ganze so eine Art Systemfehler hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Das Problem ist halt, wenn du, egal wie du denkst, wie deine Karriere gerade läuft, es ist halt extrem riskant, wenn du nur eine Einkommensquelle hast. Ja, also du arbeitest und du denkst irgendwie, du arbeitest dich hoch, du hast nur eine Einkommensquelle, dann hast du vielleicht noch ein Haus gekauft oder hast irgendwelche Kredite am Laufen. Und das kann immer passieren, das habe ich jetzt, ich werde jetzt dieses Jahr 40 Jahre alt. Ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis. Das kann immer passieren, dass du mal, dass dein Chef geht. Dann hast du einen Chef, der dich nicht leiden kann. Und sind wir ganz ehrlich, sowas passiert ganz oft. Oder deine Abteilung wird rumstrukturiert, dann ist dein Job weg. Und ich finde es halt, die Leute sagen immer, ja, Festanstellung, das ist so eine Sache, die irgendwie sicher ist. Ich finde das total unsicher, mega riskant. Und deswegen habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, ich habe jetzt meine Karriere so gesettelt, mir geht es gut, mir geht es richtig gut. Aber es ist mir einfach zu riskant, mich darauf zu verlassen und ich baue mir jetzt noch was Zweites auf. Und dann bin ich damals auf Online-Kurse gestoßen, auf Udemy. Das war, es gibt eine Online-Kurs-Plattform, das ist die berühmteste Online-Kurs-Plattform weltweit. Die hat über 30 Millionen Teilnehmer. Die heißt Udemy.com. Ich wollte eigentlich Apps programmieren und habe nach einer Schulung gesucht, wie ich es lernen kann, Apps zu schreiben. Und dann war ich so begeistert von Udemy, dass ich dachte, ja, okay, ich verschiebe das erstmal mit den Apps. Vielleicht sollte ich selber mal einen Kurs machen über Excel oder sowas, ja, weil ich bin ganz gut im Excel gewesen. Naja, und dann habe ich dann meine Kurse eingestellt. Und das hat sich so entwickelt jetzt über die Jahre. Ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei, habe über 20 Kurse online und über 80.000 Teilnehmer, ja, die meine Kurse gekauft haben oder sich eingeschrieben haben. Also nochmal, 80.000 Teilnehmer, die seine Kurse gekauft haben. Geil, mach weiter. Danke. Und diese, also das heißt, das war erst ein Hobby. Ich wollte, ich habe, es gibt mir, ich bin persönlich jemand, der sehr viel Wert erlegt auf Freiheit. Und für mich ist auch das, auch so albern, wie das klingt, die Freiheit zu haben, einfach mal 100 Euro in der Tasche zu haben und zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwo essen. Und das Problem ist, als Angestellter, ich weiß nicht genau, also es ist einfach so, du hast immer deine Daueraufprägen. Du hast dein Geld, egal wie viel das ist, das ist immer irgendwie verplant. Und dann hast du deine 300 Euro Taschengeld oder sowas. Und wenn du dann sagst, ich will aber jetzt dieses iPad haben oder so oder ich will irgendwas haben, egal, also alle Angestellten kennen dieses Gefühl, dass man dann irgendwie, irgendwie ist das Geld immer knapp. Ja, und du musst, es ist immer alles so fest eingeteilt. Und ich liebe dieses Gefühl von Freiheit, dass man sagt, ach komm, es ist egal, ich kaufe das jetzt einfach mal. Zum Beispiel jetzt für meine Kinder, ich will, dass die mir rausgehen. Und dann haben wir bei anderen diese E-Roller gesehen, die es jetzt überall gibt. Und dann, ich würde gerne drei E-Roller kaufen, aber die kosten halt 600 Euro. Ja, und jetzt, das kann ich einfach machen. Ja, weil ich so ein Nebeneinkommen habe. Und dieses Gefühl, das ist halt unbeschreiblich, dass du halt ein bisschen unabhängiger bist von deinem Chef. Du bist einfach total frei und glücklich und strahlst das auch aus auf der Arbeit, weil du nicht so sehr davon abhängig bist. Sehr, sehr geil. Und ich kann das einfach alles nur bestätigen. Und wir hatten uns ja auch auf ein Event unterhalten und so. Und eigentlich dachte ich schon, warum kündigt der seinen Job nicht? Er verdient nebenbei halt mehr wie im festen Job. Aber das sind sehr, sehr viele Leute, die halten trotzdem noch am Job fest, weil man auch krankenversichert ist und alles. Es ist halt sehr bequem. Und wenn es dann auch noch Spaß macht, weil man halt dann zu dem Zeitpunkt auch den richtigen Chef hat, so, so genial. Und du hast halt recht, wir können uns dann halt einfach mehr leisten, wenn du ein Nebeneinkommen hast. Und es ist auch ganz cool, weil manche Leute, die arbeiten, die gerade so einen kleineren Job haben, die versuchen, ein Nebeneinkommen zu haben mit einem 400-Euro-Job, wo du wirklich Zeit gegen Geld tauscht wieder. Aber du kannst mit diesem Aufwand von einem 400-Euro-Job nicht 2.000, 4.000, 10.000 Euro machen von den Stunden her, sondern du bleibst bei deinen 10 Euro vielleicht pro Stunde. Und das sind dann halt irgendwie so 40 Stunden oder so, die du arbeitest. Aber mit diesen 40 Stunden in deinem Online-Business kannst du halt fast unbegrenztes Einkommen generieren. Und das ist halt das Geniale. Also wenn du das nicht verstanden hast, machst du einen 400-Euro-Job, um dann halt deinen Kindern etwas zu leisten oder so. Oder einen zweiten 400-Euro-Job, wo es dann ja dann auch wieder ist, du bekommst ja keine 400 Euro ausbezahlt, du musst ja noch Steuern bezahlen. Und ich glaube, du kriegst dann halt nur 260 Euro oder sowas ausbezahlt vom 400-Euro-Job von den zweiten. Also lohnt sich das gar nicht. Und du hast ja auch wieder, oft sind diese 400-Euro-Jobs ja echt so, dass du immer zur gleichen Zeit arbeiten musst. So wenn du halt Kellner bist oder so. Die Hauptzeiten sind halt abends und am Wochenende. Und dann zwei Kellner-Jobs zu 400 Euro ist ja auch kacke. Und das funktioniert eigentlich alles gar nicht. Und du bist ja auch wieder außer Haus und so. Aber wenn du halt online arbeiten kannst, kannst du das auch mit deinen Kindern machen. Kannst du das auch abends machen, wann du es willst. Und musst nicht erstmal zum Job fahren. Das ist so, so genial. Ja, also ich, sorry, dass ich mich unterbreche, nur um dir recht zu geben. Also es ist wirklich so, ich kenne halt Leute, die eben diesen 400-Euro-Job haben. Und das ist ja an sich erstmal, es klingt erstmal nach einer guten Idee, du hast die 400-Euro. Aber man merkt halt, dass die Leute halt quasi die Nachteile vom ersten Job in den zweiten Job mit übertragen. Nämlich du tauschst halt gegen Geld. Das ist wirklich dramatisch, weil du ja, dann bist du immer am Samstag weg, wenn alle entschümmert sind. Und du bist halt dann irgendwo am Arbeiten. Allein schon, dass du die Zeit nicht komplett frei einteilen kannst. Das ist ja schon, ne. Und wenn du halt ein passives Einkommen hast, dann manchmal hast du 400 Euro an einem Wochenende, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ja, ich nehme mal, also jetzt die Zeit, wo du jetzt den Podcast hier aufnehmen müsst, wahrscheinlich verdiene ich innerhalb der Zeit 400 Euro. Ja, das war auf jeden Fall so, habe ich den Podcast aufgenommen, bin dann zum Strand und habe innerhalb der Zeit 400 Euro oder mehr als 400 Euro verdient. Und, aber ich möchte nochmal einen Schritt zurück, weil du hattest mir eine Geschichte erzählt, dass du eigentlich, ohne es zu wissen, mit Affiliate-Marketing eigentlich so ein bisschen angefangen hast. Mit diesen Gold-Produkten, das finde ich ganz geil, weil wir gehen ja, wie man Geld verdienen kann, wie einfach das ist. Erzähl kurz nochmal so in zwei Minuten diese Geschichte, wie du dazu gekommen bist, wie einfach es eigentlich war. Und weil viele Leute, ja, die bemühen sich immer so. Und leider ist es so, egal mit welchen erfolgreichen Menschen ich spreche, die Leute coachen und so. Also, ja, 60 Prozent oder so geben halt nach zwei Wochen auf und hören einfach auf und sehen einfach nicht das große Ganze. Und das möchte ich halt so ein bisschen auch mit dem Podcast ein bisschen unterstützen. Hey, arbeite doch mal ein paar Monate. Die meisten Geschäftsmodelle gehen nachhinein auf und gerade wenn du dann halt noch ein bisschen aneignest dir und dich fortbildest. Aber das mit den Affiliate-Marketing fand ich richtig genial, weil du hast dann, das war so genial. Also erzähl mal bitte. Ja, das war so. Ich war 2003, vierum, ich war Student, sind 23 Jahre alt und dann kam dieses Zanox, diese Affiliate-Marketing-Plattform, war da. Und dann haben die halt dieses eBay und so weiter, konntest du bewerben. Und dann gab es halt einen Partner, der hieß MDM, das ist diese Münze, die haben diese 10-Euro-Gedenkmünzen und so was. Und ich war immer schon so Münz-Fan, damals schon als Kind und die haben eben Goldmünz und Silbermünz um 10 Euro gegen 10 Euro gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach komm, das ist doch cool, das interessiert mich, weil die hatten eine gute Provision. Und dann habe ich einfach so eine mit HTML selber noch eingetippt, eine Webseite gemacht, MDM-Kracher der Woche hieß das. Und habe gesagt, schaut mal, ich habe euch mal die Angebote rausgesucht, die ich persönlich kaufen würde als Münz-Fan. Und habe dann einfach die Seite da in irgendwelchen Münz-Forum gepostet. Also ganz klassisch. Und ich habe am ersten Tag 350 Euro, genau Euro gab es ja damals schon, 350 Euro Provision verdient. Und dann habe ich mich darauf konzentriert, habe mehr gepostet, war in diesem Forum aktiv, habe auch mal Google-Werbung geschaltet. Aber jetzt nochmal, am ersten Tag und damals war es noch HTML und so, 350 Euro. Und wir hatten jetzt gerade auch gesprochen, so ein 400-Euro-Job, wie viele Stunden du da halt ackerst? Richtig, richtig, richtig. Und dann habe ich halt wirklich, die haben irgendwann das Partnerprogramm meinetwegen eingestellt, weil die gesagt haben, du alleine verbrauchst 50 Prozent von unserem ganzen Online-Werbe-Budget. Und das ist halt, das wollten die nicht, weil es immer dieselben Kunden sind. Aber ich habe da drei, vier Jahre lang verdient und ich habe insgesamt, ich habe es mal ausgerechnet, für ungefähr eine halbe Million Euro Münzen verkauft. Und das ohne Facebook-Werbung, ohne, keine Ahnung. Facebook gab es doch gar nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Das ist ja... Das gab es noch gar nicht, stimmt, das war erst 2007 oder so, ne? Ja, Facebook gab es nicht, YouTube gab es nicht, Instagram gab es nicht. Es gab diese ganzen Plattformen nicht und du hast trotzdem Geld verdient. Wie geil. Und diese Nischen gibt es immer und es gibt heute auch Nischen. Heute, du fängst heute an und verdienst 200 Euro, 300 Euro oder so, weil du halt Glück hattest oder auch dieses Wissen hat. Also ich könnte jetzt sofort ein paar Nischen aussuchen, wo ich überhaupt Geld verdienen würde. Das ist ja auch... Ich sehe das auch so, ich bin ja jetzt der Udemy-Experte, ne? Und für diese Online-Kurse. Und ich als Udemy-Experte, für mich ist es so offensichtlich, dass es so viele Kurse noch gibt, die beackert werden müssen. Ja, ich sage dann so, ey Mann, dieser Kurs, der fehlt so sehr. Warum stellt da keiner den Kurs hin? Weil ich selber nicht die Zeit habe, natürlich, oder vielleicht auch teilweise, dass ich mich gar nicht auskenne mit dem Thema. Aber das ist wirklich so. Sorry. Sehr, sehr geil. Dazu kommen wir gleich auch drauf. Du darfst gerne gleich nochmal Tipps geben, was nur Nischen sind, wo du denkst, hey, da können die Leute ackern. Weil du hast ja uns auch noch was mitgebracht. Auch ein Gutschein für die Zuhörer, was richtig geil ist. Aber jetzt noch eine ganz geile Geschichte. Du hast mir noch eine geile Geschichte. Also das mit dem Gold und 2006 ist natürlich schon geil. Und eine halbe Million oder so Umsatz zu machen in vier Jahren. Dass das Partnerprogramm für dich eingestellt wurde, diese Geschichte habe ich schon mehrmals von Leuten gehört. Die habe ich jetzt auch vor kurzem noch von jemand, der Facebook-Ads schaltet. Und wo das Partnerprogramm auch, das wurde nicht eingestellt, aber vom Partnerprogramm hat er die Mail bekommen. Hey, bitte mach mal ein bisschen langsamer. Wir können die Kunden nicht abarbeiten, wie du uns lieferst. Also wie gesagt, die Geschichte hat auch schon ein paar Mal von Experten gehört. So genial kann das sein, wenn du halt wirklich Experte bist auf einem Bereich oder hast eine Nische gefunden. Du hast noch eine geile Geschichte von einem, der einen Blog hatte. Wir verraten jetzt nicht wer, aber der sich auch so ein bisschen geweigert hatte, damit Geld zu verdienen. Und das ist auch sehr oft. Es gibt Leute, die haben einfach so eine Goldquelle und die weigern sich manchmal so ein bisschen. Hey, da müsste ich ja ein Gewerbe anmelden. Da müsste ich ja dies machen und so. Kannst du da kurz nochmal ein paar Wörter? Weil das ist auch wieder etwas, was sehr, sehr viele Leute als Problem da sehen. Ich rede ja mit sehr vielen Leuten und dann sehe ich irgendwie so, der hat alles, um irgendwie so ein fünfstelliges Einkommen zu machen oder auf jeden Fall mehr wie mit einem Hauptjob zu verdienen. Und die weigern sich manchmal für die kleinsten Sachen einfach mal ihr Leben in Freiheit zu leben und von überall aus. Erzähl mal ganz kurz so ein paar Stichpunkte. Das wäre eine coole Geschichte. Also ich kenne jemanden, der hat einen Blog, was halt extrem gut, extrem viel Traffic hat und extrem viel Potenzial hat. Und ja, das ist halt die Frage, ob du, wie Dirk Kreuter sagt, Entscheidung, Erfolg. Ob du sagst, ey, Alter, ich verdiene jetzt 10.000 Euro im Monat mit oder ob du dann eben, sage ich jetzt mal vom Mindset her, war er zum damaligen Zeitpunkt, ich will jetzt auch heute überhaupt gar nichts mehr unterstellen, das war jetzt so drei, vier Jahre her oder so, da war er noch an diesem Punkt so, ja, nee, ich mache das ja nur als Hobby. Und das, naja, geht mir ein bisschen über den Kopf, weißt du, was ich meine? Also, das war also, das war im Prinzip eine Mindset-Frage, ob ich da jetzt, hey, das ist halt wirklich Gold, was ich dort habe oder ob ich das halt nicht aufhebe. Richtig, also dass man sich das auch selber vielleicht nicht zutraut oder dass man sich selber nicht so sieht, dass man eben sagt, ja, ich bin nicht der Typ, der 10.000 Euro im Monat verdient mit einem Blog irgendwie. Also das ist ja wirklich diese Mindset-Frage, ob man dann irgendwann die Schotten öffnet, ne? Ja, ja, genau. Und du hast mir diese Geschichte ja erzählt und ich dachte mir so, wow, mit meinem Wissen, der verdient jetzt ungefähr so 6.000 Euro, hast du mir erzählt, nachdem er jetzt dann halt aber sehr lange gewartet hat, damit auch Geld zu verdienen und Partnerprogramme anzubieten und so, obwohl er die Kunden hat und den Kunden damit auch hilft. Und ich dachte mir so, wow, wenn ich das dann halt mit den seinen Nutzern, die er hat, mit meinem Wissen kombinieren würde, würde ich da fast eine Null hintendran machen. Also 60.000 Euro, sicherlich 20.000, 30.000, fast sofort, einfach nur mit den Optimierungen und so, weil ich weiß, hey, was die Kunden mögen, wo so ein Link platziert sein muss und wie man dann E-Mail-Adressen sammelt von den Kunden, wie man die auf einer Plattform bekommt und so. Und das ist aber wieder so ein typisches Thema, was ich sehr oft sehe, Leute, denen sagst du, hey, mach das da, mach da ein Business raus, versuch dann halt den Leuten Mehrwert zu bieten, melde dich bei dem Partnerprogramm an. Und ich hatte das sehr, sehr viel, gerade auch so vor zwei Jahren wieder hatte ich jemanden gecoacht und nach zwei Wochen, ja, da müsste ich ja jetzt ein Gewerbe anmelden und so. Aber die Person hat einfach nicht gesehen, dass die Träume hat und dass die damit einfach mal 5.000 Euro verdienen kann. Und wenn du dann mit der gleichen Arbeit dann halt 5.000 Euro verdienen kannst, dann kannst du dir auch einen Steuerberater für 200, 300 Euro in dem Monat holen oder so, der auch die Belege alle sortiert und so, wenn du damit keinen Bock hast. Aber die Leute wollen einfach kein Geld verdienen. Ich habe das auch in der Familie, da ist jemand, der ist voll der Manga-Fan und alles. Und ich sage so, vor drei Jahren, wo ich angefangen habe, hey, mach dieses Manga-Thema als Hobby. Stell die Manga auf YouTube vor und was dir gefällt und so weiter und mach so Besprechungen und sowas. Du wirst wahrscheinlich sofort hunderte oder tausende Manga-Fans als Fan haben, weil der voll authentisch ist. Weil der einfach Fan ist. Der ist einfach Fan, der geht zu diesen Veranstaltungen hin und so. Der hat sich auch bis heute einfach geweigert, da halt Kapital rauszuschlagen auf sein Hobby. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das möchte ich ja die Zuhörer einfach, dass sie auch ein bisschen Mut haben. Vielleicht auch sich einen Experte dann zur Seite holen, der dann halt zeigt, wie man dann einen Blog aufbaut, wie man die Videotechnik beherrscht und, und, und. Es gibt genug Schulungen, es gibt genug digitale Kurse. Also jemand, der Angst hat vor WordPress oder so. Du brauchst keine Angst haben vor WordPress. Das ist relativ einfach. Und du kannst dir auch Experten einkaufen und, und, und. Das ist auch mal echt so eine ganz wichtige Sache, was ich auch denke, oder wo ich mich auch manchmal ertappe, oder wie wir Menschen so sind. Wir denken immer zum Beispiel, ja, du bist ja der Michael. Du bist irgendwie so eine Art Superheld. Du hast es geschafft. Ich kann es nicht schaffen. Oder wenn die Leute, genau, die Leute sehen dann mich und sagen, okay, du bist ja der Jubelme-Gott und deine Kurse sind auf der Startseite. Da hast du wohl irgendwas richtig gemacht, aber ich würde das nie schaffen. Und das ist echt so ein fehlkompletter, falsch, also das ist einfach falsches Mindset. Man denkt eben so. Man denkt, das wäre, irgendwas würde diese Person besonders auszeichnen. Wenn du aber einfach nur das kopierst oder so oder dich von dieser Person teilweise beraten lässt, wenn es möglich ist, wenn die Person das anbietet. Ich meine, oder du holst irgendjemanden in deiner Preisklasse oder wie auch immer, ja. Dann, das ist alles kein Geheimnis. Das sind ganz normale Sachen. Das sind Erfahrungswerte, die man eben erlernen kann. Auf jeden Fall. Und diese Themen wollte ich kurz ab. Und dann bist du jetzt bei Unimi gelandet. Du hast deinen Excel-Kurs online gestellt. Da waren wir eigentlich stehen geblieben. Und das ist jetzt auch unser Hauptthema eigentlich, wie du dann halt dieser Gott geworden bist, der teilweise kopiert wurde. Und du hast auch schon ein paar Hater und so. Das ist, was ich total geil finde. Die Excel-Hater. Dazu kommen wir gleich zu den Hater. Weil dann weißt du auf jeden Fall, du bist auf dem richtigen Weg, wenn dann halt die Konkurrenz dich hatet. Aber ganz kurz, du hast den ersten Kurs eingestellt. Und eigentlich wolltest du ja Apps programmieren, was ja auch ganz lustig ist. Du suchst einen Kurs zum Thema App und siehst dann, hey, da ist eine Kursplattform, hey, da kann ich irgendwelche Kurse einstellen. Und dann hast du deinen ersten Kurs eingestellt. Wie lange hat sowas gedauert bei dir jetzt? Das war, als ich damals, also als ich es alleine gemacht habe und ich wusste nicht, wie das geht. Und ich hatte keinen, der mir das erklärt. Ich habe meinen ersten Drei-Stunden-Kurs drei Monate gebraucht. Weil ich es einfach nicht besser wusste. Ich habe es einfach nicht gewusst. Aber das ist ja auch ganz klar. Aufzeichnungstechnik, Mikrofon und keine Ahnung was. Das hast du auch dann halt über die Jahre hinweg dann halt optimiert und geguckt, was ist das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis, die beste Qualität und so. Das ist ja geil. Und das bringst du auch den Leuten bei, was ja auch geil ist. Und dann, was waren so die nächsten Schritte? Also du hast diese paar Monate gedauert und dann, wann hast du so das erste Mal so vielleicht 500 Euro verdient im Monat? Wie lange hat das ungefähr gedauert? Weißt du das noch? Bei 500 Euro, dann werden wir so die 400-Euro-Job oder so. Ja, das war wirklich so. Ich habe einen Kurs gemacht, der hat sich nicht verkauft. Okay, Mist, neuer Kurs, neuer Kurs. Ich habe gedacht, du machst es so lange, bis es funktioniert. Ich habe ungefähr zwei Jahre lang zehn Kurse erstellt. Die sind alle getankt, also haben sich nicht rentiert. Und ich habe immer versucht herauszufinden, woran liegt das jetzt? Und dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Ja, und dann war, habe ich einen Kurs, das war irgendwie der elfte Kurs in den Jahren. Und dann ist es hochgegangen irgendwie von, was weiß ich, 200 Euro auf 1.000 oder sowas. Ja, innerhalb von einem Monat. Ich feiere das tierisch. Also nochmal für die Leute, die nach zwei Wochen aufhören. Du scheiterst zwei Jahre lang? Beziehungsweise, du hast nur die paar Einnahmen, 200 Euro oder was? Ja, ja, das war so mein bester Monat, das war 281 Dollar. Das war immer mein bester Monat. Und dann hast du diesen elften Kurs gemacht und gehst hoch auf 1.000 Euro. Ich feiere das tierisch, weil das sind eigentlich immer die ganzen Erfolgserlebnisse. Die ganzen, alle, alle erfolgreichen sind meistens gescheitert. Walt Disney war ja auch irgendwie bei über 50 Banken, um die ersten Freizeit zu finanzieren. Keiner geht von uns zu 50 Banken und holt sich 50 Körbe ab. Und dann denkt er, naja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar 56 oder so etwas. Ich war selbst mal in der Lage, wollte einen Kredit aufnehmen und habe dann sofort bei der ersten Bank gesagt, ich kriege ja sowieso keinen und so. Und hätte ich dieses Mindset damals gehabt, dass man einfach dranbleibt oder so, wo wäre ich heute? Leute, deshalb ist ja auch der Podcast für mich zu schottern, dieses Mindset. Du wirst zwei Jahre lang, bist du gescheitert, aber du wusstest, hey, es funktioniert irgendwie. Ich habe da irgendwie immer noch einen Knoten drin, irgendwie was fällt. Dann machst du einen elften Kurs und verdienst 1.000 Dollar. Das ist so genial. Wie lange machst du das jetzt ungefähr seit dem ersten Kurs? Ja, der erste Kurs war, den habe ich Ende 2014 produziert. Und ich habe halt wirklich, wie gesagt, man denkt ja immer selber, ich bin ja nur Amateur, irgendwie so nach dem Motto, du denkst immer so, ja, ich mache das doch einfach nur so, was ist daran so besonders? Aber es ist halt einfach die Stunden, die du dann da reinsteckst. Also jetzt ist es ja anders. Das muss ich dir ja gleich noch erzählen. Ich coache ja, oder das weißt du, ich coache andere Leute, die natürlich sofort die Ergebnisse hatten, weil ich denen das einfach sage, wie es geht. Aber auf jeden Fall, bei mir war es halt so logischerweise, weil ich keinen hatte, ich musste es mir selber erarbeiten. Und wie gesagt, 2014 und Ende 2018 habe ich ein E-Mail gekriegt von Udemy, herzlichen Glückwunsch, die sind zu den Top 10% Dozenten gewählt worden oder bestimmt worden durch ihre Einnahmen und so weiter. Und das Deutschland oder international? Das weiß ich nicht genau. Also es stand auf jeden Fall zu den Top 10% der Dozenten. Okay, aber Deutschland ist es natürlich schon richtig genial. Aber es ist ja auch ganz klar, wenn du einfach den Dreh raus hast, das ist bei jedem Business eigentlich. Du kannst Network-Marketing, du hast den Dreh drauf, wie du die Leute ansprichst. Du kannst Affiliate-Marketing, dann kannst du es auch duplizieren. Ja eben, und das ist auch so, wenn du ein neues Projekt machst, so wie du mir immer erzählst, du weißt genau, das wird Erfolg, weil du dich mit deiner Materie auskennst. Und bei mir ist das auch so, ich gebe auch Garantien ab teilweise oder wenn ich Leute coach oder so und die wollen das nicht, dann sage ich so, ich garantiere dir, dass du das Geld dann ab von einem Monat wieder raus hast, wenn du es nur machst, was ich sage. Weil ich habe dieses Selbstvertrauen, weil ich mich damit auskenne. Und genau wie du dich mit deiner... Sehr, sehr geil. Und dann vielleicht nochmal, was ich nochmal ganz klar sagen möchte an den Zuhörern. Egal, wenn du dir irgendwie einen Kurs kaufst, eine Anleitung, bitte arbeite diese Anleitung von vorne bis hinten so durch, wie der Dozent, wie der Trainer dir das vorgegeben hat. Und lass nicht einfach ein Modul aus oder so. Manchmal sind da ganz kleine Haken, Hacks oder so. Wenn du die dann weglässt, hast du keinen Erfolg. Und ich habe das sehr oft. Das ist so wie bei einem Buch oder so einer Zeitschrift, dass manche Leute dann von hinten anfangen zu lesen und blätter mal durch, was ist interessant. Und das gucke ich mir zuerst an. Arbeite so einen Kurs von vorne bis hinten durch. Vielleicht auch, guck dir den Kurs einfach mal an, von vorne bis hinten. Und beim zweiten Mal guckst du ihn nochmal an und arbeitest ihn dann komplett durch. Und so wie der Dozent es haben wollte, wie seine Anleitung ist, womit er Erfolg hatte. Weil das ist meistens, Leute kaufen sich Videokurse, haben damit keinen Erfolg. Und dann frage ich die Leute. Und dann sagen die, nee, ich habe das nicht ganz durchgearbeitet. Ich habe mir nur das Modul angeguckt. Dann habe ich mir das. Dann habe ich mir wieder das dritte Modul angeguckt. Dann wieder vorne. Und dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Also baue das immer so, wie der Dozent das hat. Weil du hast ja wahrscheinlich auch deine Chatlisten und weißt genau, worauf es ankommt. Wie ich auch bei einer Affiliate-Seite, wo ich genau weiß, wie kommt es drauf an und so. Und jetzt auch nochmal ganz kurz. Wie viele Kurse hast du zurzeit bei Dings Online, bei Udemy? Bei Udemy, ja, bei über 20. Ich habe irgendwann aufgehört, also ehrlich gesagt, aufgehört zu zählen. Aber über 20. Und da sind auch teilweise Kooperationen drin. Das ist auch eine ganz nette Sache, wo du zum Beispiel jemand, der hat einen guten Kurs und ich sage, lass uns doch eine Aufteilung machen und ich kümmere mich um das Marketing. Du machst den Kurs, ich mache das Marketing. Das mache ich auch manchmal ganz gerne. Dann hat derjenige noch einen kleinen Booster drin, aber mit der Anleitung, also zum Beispiel der Alex Schreiner, der netterweise sich immer wieder als Referenz zur Verfügung stellt, der ist auch auf meinen Landingpages und so. Der hat nur mit der Anleitung, ich habe ihm nicht unter die Arme gegriffen oder irgendwie so künstlich gepusht oder sowas. In keinster Weise, der hatte im dritten Monat schon, im dritten Monat hat er schon die 1.000 Dollar und der hat jetzt nach anderthalb Jahren, hat er mir einen Screenshot geschickt, der ist auch verfügt, also über 20.000 Dollar Einnahmen gemacht und hat jetzt 2.000 im Monat. Nur mit der Anleitung. Sehr, sehr geil. Und das ist ja rein theoretisch so ein Hype passiv. Du hast einmal die Arbeit für den Videokurs zu machen und dann stellst du ihn online. Und du hast ja auch, du hast mir, ich war echt fasziniert, weil ich da hatte zuerst, die Plattform ist doch kacke. Warum ist die Plattform kacke? Naja, es gibt ja die zwei Möglichkeiten, weder verkaufe ich etwas für 10 Dollar oder ich verkaufe etwas für 200 und 400 Dollar. Und wo bleibt natürlich mehr übrig, wenn ich einen Kurs für 400 Euro verkaufe oder Dollar habe? Ja, ich weiß, du hast es mir gesagt. Ich fand das auch, wir haben uns gerade kennengelernt und du hast sowieso gesagt, so nach dem Motto, die Plattform ist kacke. Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, aus seiner Sicht hat er recht, aber das Geld ist ja da. Also ich verdiene ja Geld. Also so kacke kann es ja nicht sein. Genau, und da hast du mich auch bezeugt. Das ist ja das Coole, weil das ist ja dann die Masse, die man da über diese Plattform erreicht, weil es sind halt viele, die sich gemeldet haben. Die Plattform macht auch Werbung für die Kurse, wenn die gut sind, schickt auch dann nochmal E-Mails raus, hey, das könnte mich auch interessieren, macht dann Quervorschläge und so, ähnlich wie auch bei eBay, wo du dann halt ein Produkt gekauft hast und das könnte dir auch gefallen und so. Und das ist das Geniale an dieser Plattform eigentlich, was ich zuerst nicht gesehen habe, dass du da auch wirklich dann halt die Masse, die du automatisch auch durch die Querverlängerung und Empfehlungen machst. Ich zeige dir mal, ich halte mal ein Screenshot. Also es geht halt darum, ja klar, du kriegst halt, das muss man auch wirklich mal den Leuten sagen, das ist auch nicht allen klar, Udemy verkauft vor allem Kurse reduziert. Das heißt, da steht 200 Euro drauf, durchgestrichen 10 Euro. Und deswegen fragen mich halt viele Leute gestern, ich habe jetzt ganz neu eine Facebook-Anzeige und die Leute fragen, ey du, was erzählst du überhaupt, wie soll ich denn damit Geld verdienen? Ich verdiene auch nur 5 Euro pro Kurs. Und dann habe ich einfach mal ein Screenshot von meinem, gestern von meinen Einnahmen in die Facebook-Anzeige. Also von meinen, und ich zeige das mal kurz in den, das ist hier. Also das ist jetzt so für die YouTube-Zuschauer, aber ich schaue mal kurz nach. ach sorry, stimmt, das ist ja nur für YouTube. Ich habe quasi, das ist meine Udemy-App, die gibt mir immer eine Push-Nachricht, wenn ich was in den Kursverkauf von, also nicht scroll das mal, das ist jetzt alleine so die letzten, was weiß ich, 24 Stunden oder sowas. Ja, da kannst du seitenweise scrollen. Okay, sehr, sehr geil. Das habe ich ja auch für Digistore gehabt, wobei ich habe die App ausgemacht, weil es waren halt zu viele, irgendwie Weihnachten. Ja, ich habe es im Black Friday ausgemacht, auch. Ich habe es ausgemacht, weil das war, da kam alle zwei Sekunden ist das Handylicht angegangen und dann habe ich es ausgemacht. Genau so. Und dann ist es auch im Körper so nur 5 Euro. Du willst dich ja nicht hinlegen und dann machst du wieder Katschinga und dann denkst du so, ach, ich gucke doch nochmal nach und so. Und dann machst du doch. Deshalb habe ich es echt ausgemacht, weil es einfach zu viel war. Ich weiß, dass gerade als Anfänger ist das total die Motivation, so das erste Mal und dann vielleicht das erste Mal dreimal am Tag oder so. Es ist so ein tolles Gefühl. Und es gibt diese ganzen Tricks, dass du auch auf der Startseite gelangst, dort auf der Plattform. Du hast das alles drauf, was ich sehr, sehr geil finde. Nochmal ganz kurz, wir hatten gerade gesagt, Hater. Ich habe ja auch schon ein paar. Das ist sehr, sehr geil. Erzähl mal kurz deine, du wolltest ja keinen Namen nennen, aber die Geschichte ist auch ganz cool, weil das ist eine Mindset-Frage einfach. Schreibe ich jemanden an und sage, hey, du bist doch genau in der Nische, wie ich auch bin. Lass uns doch zusammen was richtig Geiles machen. Lass uns doch den Markt erobern und rocken dominieren. Oder man hat sich gegeneinander und dafür passt diese Geschichte total. Ja, stimmt. Ich fand das auch cool. Du hast dir auch letztens schon mal erzählt, hier im Podcast. Da hast du meine Geschichte schon mal irgendwo kurz erzählt. Also, die Geschichte ist halt, also Udemy, also prinzipiell muss man sich keine Sorgen, so viel Sorgen machen um Konkurrenz und um Platzierung. Also, das will ich mal klar sagen. Es ist kein Race to the Top, so nach dem Motto, entweder ich bin auf der Startseite oder du bist auf der Startseite. Also, die Konkurrenz ist nicht so wichtig. Es ist natürlich gut, wenn du auf der Startseite bist. Ja, da verdienst du etwas mehr, aber es ist nicht so, dass das nur Platz ist für 10 Kurse und nur die ersten 10 verdienen Geld. Das ist definitiv nicht so. Aber da ich ja zu den Top 10 gehöre, klar, ist das ein Faktor, so. Und ich habe halt einen Konkurrenten, der gute Sachen macht. Ja, das ist klar. Aber es gibt bestimmte Sachen, die ja immer wieder, ich bin ja der Typ, der sich neue Strategien ausdenkt. Und er kopiert die Sachen immer von mir. Und das finde ich dann immer doof, weil ich habe da wochenlang nur nachgedacht, habe mir irgendwas überlegt und dann finde ich dann dieselbe Formulierung irgendwie auf seiner Seite oder sowas oder denselben Trick. Also, es geht ja auch, ich teste ja alles. Kurslänge, Lektionenlänge, Aufbau. Ich teste so viele Sachen, so viele Hypothesen und dann, wenn irgendwas sich durchsetzt und funktioniert und er macht das danach, finde ich es erstmal schade. Das finde ich nicht gut. Nein, das ist geschissen. Ja, danke. Und dann ist halt Folgendes passiert. Dann hat er sich über mich beschwert. Das fand ich schon mal scheiße, weil er kopiert meine Sachen, hat sich dann über mich beschwert, weil er irgendwie festgestellt hat, dass ich einen Regelverstoß gemacht habe gegen die Policy. Das war auch keine böse Absicht, habe ich aber gemacht. Und naja, und dann hat er meinen Kurs gekauft und einen Stern gegeben. Ja, und dann ist die Kursbewertung ein bisschen abgerutscht, weil ein Stern ist sehr weit weg, viel weiter weg von viereinhalb Sternen als fünf Sterne. Und dann ist es halt runtergerutscht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe gesagt, Alter, Konkurrenz ist gut, also lebt auch das Geschäft und damit leben wir, aber warum machst du sowas? Ja, wir haben beide das Wissen, wir könnten das Monopol aufbauen, wir könnten uns gegenseitig, wir könnten die Startseite zuflastern und wie du es ja sagtest, den Markt dominieren. Und verstehe ich nicht. Und er hat aber dann nie wieder drauf reagiert. Und er hat das noch mit seinem Namen gemacht. Er war ja noch nicht mal so clever in der Birne, dass er sich über irgendeinen anderen Namen angemeldet hätte bei der Plattform, hätte den Kurs gekauft und hätte dann eine schlechte Bewertung gegeben, was ja auch assi ist. Aber er hat das mit seinem Klarnamen noch gemacht. Also wie gesagt, es gibt immer mal wieder diese Hinnis in der Branche. Aber diese Story wollte ich einfach nochmal loswerden. Das fand ich einfach so genial, weil das gibt es dann einfach. Lass uns nochmal ganz kurz reden. Wir hatten gerade so ein bisschen, welche Nischen es gibt, wo du sagst, wow, da fehlen Kurse. Oder da kann man auf jeden Fall sofort starten. Oder so. Normalerweise sagt man ja, eine Geldverdien-Nische, Dating-Nische und so weiter. Abnehmen, Fitness-Nische oder so. Und das sind so die größten Nischen. Ich bin ja ein bisschen so der Hobby-Typ. Ich mag Hobby-Nischen, weil da ist ein bisschen mehr Leidenschaft und nicht dieses Schmerz-Thema. Welche Nischen würdest du sagen, Unimi, wenn du da Erfahrung hast, kannst du auf jeden Fall schon mal eine 500 Euro bis 1000 Euro verdienen und auch viel mehr, gerade wenn du dir einen Coach holst. Ja. Das Interessante ist, ich finde nicht, dass das spezielle Nischen sind. Also meine Methode funktioniert, also ich kann dir die Frage nicht so beantworten, dass ich sage, es gibt die und die Nische, sondern meine Methode funktioniert mit jeder Nische. Und es ist eben so, zum Beispiel, wenn du dich für zwei, drei Sachen interessierst, die du sowieso kannst, so würde ich dann mal anfangen, sagen wir mal, du interessierst dich für Programmierung, für Kochen und für sonst noch irgendwas, dann kannst du halt rausfinden, auf dieser Plattform, ja, was da gerade gesucht wird. Du hast bestimmte Signale, dass es halt wirklich was fehlt in den Suchergebnissen, dass du halt sofort siehst, da ist so eine offensichtliche Lücke drin, da fehlt was. Du kannst auch erkennen, wie die bisherigen Kurse sich verkaufen oder du kannst erkennen, wie viel du brauchst, um einen Top-Seller-Kurs zu haben, nenne ich schon. Der Christian, Christian Gera, wir haben einen Webinar-Kurs gemacht und da war halt genau diese Konstellation da, dass der Kurs innerhalb von einer Woche als Bestseller war, obwohl vorher kein Kurs da war. Und also diese Methode, die ich entwickle, das ist das Gute daran, die funktioniert mit jeder Nische, weil du nämlich dir Nutzer von außen reinziehst, du dir Traffic reinziehst und du bist quasi deine eigene Nische, du hast dein eigenes kleines Universum. Wenn du jetzt was machst, über, sage ich jetzt mal, Stricken, sage ich jetzt mal ganz, ne, Stricken, Nähe oder so und es gibt diese, sage ich jetzt mal, diese Kategorie überhaupt nicht bei Udemy. Ja, ist mir egal. Udemy ist eine Plattform, du kannst dir Traffic holen auf deine Kurse von außen und das wird immer funktionieren. Sehr, sehr geil. Okay, das ist auf jeden Fall eine coole Aussage. Trotzdem, das ist so wie bei, sorry, ich weiß nicht, ob ich mich da klar ausgedrückt habe, das ist so wie Amazon oder Ebay. Du kannst da alles reinstellen und es kann zwar sein, dass dein Kochkurs nicht auf der Startseite erscheint, aber das ist, weil das ist ein Anbieter, ein Video-Hoster und eine Bezahlplattform und du kannst deine Leute eben selber reinziehen über diese Tricks, die ich anwende. Sehr, sehr geil. Jetzt kommen wir dann zu deinen Tricks, die du anwendest. Du hast einen Videokurs dazu gemacht. Ich habe da schon reingeschnüffelt und ich fand den richtig genial. Wenn du den Zuschauern mal kurz sagen kannst, die Abkürzung, die sie nehmen können. Also du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen länger gebraucht, zehn Kurse, die total versagt haben und du hast jetzt irgendwie, du hast 40 Kurse gemacht mit Kooperationen und so und dieses ganze Wissen hast du da reingepackt, wie du die Traffic, wie du halt die Suchergebnisse raussuchst, was da vielleicht noch fehlt und so. Erzähl uns mal ein bisschen was über diesen Kurs, weil ich fand den sehr, sehr genial und das ist ja auch meiner Meinung nach der einzigste Kurs in der Art, den es dazu gibt. Ja, das war auch, am Anfang, als ich auch dieses Mindset nicht hatte, habe ich gedacht, naja, ich weiß es ja, also es ist nichts Besonderes. Aber mittlerweile auch durch diese ganzen Online-Marketing-Konferenzen habe ich wirklich festgestellt, das war wie so ein Aha-Elebens. Es gibt keinen anderen, der das macht. Keinen. Ja, also dieses Udemy-Coaching, also das ist schon mal so viel zum Thema irgendwie Elevator-Pitch oder so, das fand ich schon mal sehr beruhigend. Aber der Kurs, also der Kurs ist 13-Stunden-Online-Kurs unterteilt in verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel, wie du deinen Kurs erstmal aufbaust, dann internes, externes Marketing, wie du deine Nische findest, wie überhaupt Udemy funktioniert, also das Prinzip von Udemy. Dann habe ich einen kleinen Kurs darunter über Video bearbeitet, einen Videoschnitt. Das ist ein ganz großer Hebel, weil du beim Videoschnitt, das ist halt der Unterschied, ob du drei Monate brauchst, bis du fertig bist oder das ist, was ich, drei Tage. Also da kann man halt sehr, sehr viel falsch machen. Dann auch ein Thema, wie du gute Bewertungen bekommst und solche Geschichten. Was aber auch extrem wichtig ist, ich habe noch Bonusmaterial drin, was ich jetzt im Moment gerade anbiete und was natürlich dann jemand, der sich jetzt einschreibt, natürlich für immer behalten kann, das ist sehr klar. Und zwar dieses Thema Tools und Checklisten. Es ist ein E-Book, der ideale Aufbau eines Udemy-Kurses und dieses E-Book, da habe ich wirklich alles rausgehauen, also wirklich ganz nicht so wie irgendwie, man könnte, man müsste, sondern ich habe geschrieben, so und so lange muss dein Kurs sein, sonst passiert das. So und so viele Lektionen brauchst du, sonst passiert das. Also wirklich so ganz klar, dieses Beschrieben aus diesen 80.000 Teilnehmern, Erfahrung, das ist das Rezept zum Erfolg. Und dann noch anderes Bonusmaterial, zum Beispiel das beste Equipment für Online-Kurse. Also ich habe so viele Mikrofone getestet, ich habe Webcams getestet, das hat mich wahnsinnig gemacht, ich habe so viel Geld investiert, habe ich jetzt als Bonus. Einfach kauf das, das ist das Zeug, so und so musst du das einsetzen und dann ist das Problem gelöst. Und wie du halt... Nochmal kurz, also alleine in der Vergangenheit, in den letzten dreieinhalb Jahren, wie viel Zeit ich dafür investiert habe, immer mal wieder ein bisschen was für die Technik rauszusuchen. Auch das Mikrofon, womit ich jetzt gerade aufnehme und so. Das hat Wochen oder Monate gedauert, bis ich mir das gekauft habe. Ich habe erst mal ein paar Leute gefragt, je nachdem, was die Leute gemacht haben. Der eine hat mir das gesagt, der eine hat mir das gesagt. Die Bewertungen waren dann auch anders. Das hat echt lange gedauert. Da hätte ich da halt jemanden gehabt, der mir gesagt hat, hey Michael, und ich vertraue diesen Menschen, du musst dir nur dieses hier kaufen. Das hat eine super Preisleistung. Wenn du das kaufst, hätte ich mir das gekauft und hätte mir sehr viel Zeit auch gespart. Lebenszeit. Und ich hätte schon wieder was anderes bauen können oder machen können in der Zeit. Ja, und das ist dieses Vertrauen vom Experten. Das ist wirklich so. Ich habe ja zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Ich bin mit verschiedenen Leuten über WhatsApp im Kontakt. Und wenn du mir einen Tipp gibst, dann nehme ich das echt verdammt ernst. Wenn das was ist, wo du dich auskennst, dann wird das gemacht. Wenn jemand anders mir einen Tipp gibt, der vielleicht sogar den gleichen Tipp gegeben hätte, dann ist das eher nur so eine Vermutung. Also das ist halt, er rät. Er kann es nicht wissen. Wenn du aber was sagst, dann kannst du es wissen. Und dann, so wie du mir gesagt hast, du musst so und so die Landingpage aufbauen. Ich habe das sofort gemacht. Und das ist halt also so, dieses, welches Mikrofon zum Beispiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe mich so viel geärgert. Ich habe teilweise Kurse neu aufgenommen. Ich ärgere mich jetzt noch darüber, über den Klang bei manchen Kursen. Und teilweise werden die Kurse auch abgelehnt wegen so einem Scheiß. Also, ja. Also, ich kann es verstehen, weil ich hatte auch meinen ersten Kurs, ich hatte so ein Mikrofon, das hatte ich mal davor gekauft, das hat irgendwie mal funktioniert, aber mit der Software auf einmal hat es dann nicht mehr funktioniert. Und ich habe die Tonstärke einfach nicht laut bekommen, dass er es aufnimmt und so. Dann habe ich das Ding da echt, vor zwei Jahren, wo ich meinen ersten Videokurs gemacht habe, in die Ecke geschmissen, habe die ersten Aufnahmen mit dem internen Mikrofon vom MacBook gemacht. Ist natürlich eine Katastrophe gewesen. Aber ich wollte einfach starten, ich wollte es einfach machen. und die Tonqualität war natürlich... Ja, ja, genau. Ja. Du willst einfach starten, du bist ungeduldig, du willst Vollgas geben und hinterher bereust du es die ganze Zeit, weil dir keiner gesagt hat, welches Mikrofon oder... Und das Mikrofon ist ja auch nur ein Beispiel. Ich habe jetzt auch einen neuen Coaching-Kunden, also so einen 1 zu 1 Coaching-Kunden und der hat sich so viel Mühe gegeben. Der hat, ich glaube, 10 oder 20 Kurse gemacht und der verdient praktisch nichts. Also, der hat, glaube ich, gesagt, sein bester Monat war 110 Euro oder sowas. Und dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Und dann habe ich mir seine Kurse angeguckt und der hat extrem viele Fehler gemacht. Ja, im Pricing, Bewertungsstrategie und so. Also, es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Also, wir haben jetzt das Mikrofon als Beispiel genommen, aber es gibt auch noch tausend andere Sachen, die halt entscheiden, überhaupt oder top. Ja, ich weiß es, das ist ja im Online-Marketing auch so im Affiliate-Marketing. Ob sie dann halt in einer E-Mail dreimal schreibst, hier klicken oder hier zum Angebot oder nur einmal. Das macht, das macht halt 80% mehr Umsatz teilweise aus und so weiter. So kleine Hacks manchmal. Die Farbe des Buttons und 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 bei normalen Landingpages, ob der Button rot ist, grün, orange oder so, das kann echt was ausmachen beim Umsatz Ende des Monats. Und das ist natürlich auch bei diesem Kurs. Und du hast mir das mitgebracht und du hast uns auch einen Gutscheincode mitgebracht, was eine Überraschung ist. Der Link ist auf jeden Fall hier unter dem YouTube-Video in der Beschreibung und auch auf für mich zum Schotter.de ist der Link und der Gutscheincode. Und du hast uns einen richtig dicken Gutscheincode mitgebracht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und alleine das 13-Stunden-Videomaterial, das ist so, so genial. Dafür erstmal vielen Dank. Also lieber Zuhörer, wenn du den Gutscheincode anwenden möchtest, wenn du jetzt auch mit Unimi durchstarten möchtest, hol dir das. Und ich weiß, du bist hier bei den richtigen Experten für dieses Thema. Und er weiß genau mit den ganzen Bewertungen und so, ich weiß auch, dass er das halt alles so umsetzt und dass er das auch klein, klein testet und so. Weil wir sind ja jetzt die letzten zwei Monate täglich im WhatsApp-Kontakt und so und tauschen uns aus über die verschiedensten Themen. Er ist der Hardcore-Uni-Me-Experte. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke für die Blumen und ich bin auch stolz darauf, dass ich dir heute helfen kann und ich kann mich auch ganz offen und ehrlich hinstellen und sagen, dieses Angebot hat sich extrem schnell rentiert. Ihr habt, das ist ein Investment, das ist wirklich kein Spruch, das Geld hast du schnell wieder raus. Und haltet euch fest, es gibt eine belegungslose 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Ja, das heißt, try before you buy oder wie auch. Okay. Weißt du, wenn du denkst, ja, okay, ich kenne jetzt erst, scheint vertrauenswürdiger Typ zu sein, aber naja, ne, mal gucken. Nein, mach es einfach. Geht über Digistore, ist ein sicherer Zahlungsanbieter und 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, no questions asked. Also, und das ist halt wirklich auch ein Einführungspreis jetzt, der, ja, wir, du kennst es ja von mir, die Preise werden immer so Schritt für Schritt erhöht, je mehr. Ja, also auf jeden Fall auch bei dieses, ich habe ja, wir waren ja vorher auch schon diese drei, zwei Monate halt im Kontakt und ich habe auf jeden Fall gesagt, der Preis ist auf jeden Fall zu günstig für das, was du dort bietenst. Ja. Ja, ja. Und das bist du und so, weil man kann sich eine Existenz aufbauen und man braucht nur eine Handvoll Technik. Es ist keine Raketenwissenschaft, so wie du das geil erklärst, wirklich Schritt für Schritt, dass es wirklich jeder versteht und dass jeder auch mit seinen Hobbys, mit seinem Wissen halt Kohle verdienen kann und was ich auch ganz geil finde, halt auch ortsunabhängig. Also, du kannst es von überall aus drehen mit ein bisschen Technik, du kannst es hochladen und ob du jetzt in Thailand bist, ob du halt irgendwo in, irgendwo einen Kaff bist, wo nur 30 Leute wohnen oder so, sobald da eine vernünftige Internetverbindung ist, um die Videos hochzuladen, damit es nicht ganz so lange dauert, passt das Ding einfach. Das ist so, so genial. Du kannst es, wenn du eine Mutter bist und hast Kinder, kannst du es machen. Gerade auch diese Themen im Videokurs zu verarbeiten, das sind immer wieder Eltern, Mütter, die diese Probleme haben und du machst dazu einen Videokurs, wie man irgendetwas bewältigt. Geniale Themen und das finde ich so, so genial. Ich werde ja auch irgendwann mal... Und was auch? Erzähl. Du bist dran. Ja, sorry, es ist mir gerade noch eine Sache eingebunden. Manche Leute, bitte? Manche Leute sagen, ja, Videokurse, ne? Also, erstens mal, ganz wichtig, jeder hat Expertenwissen, man unterschätzt sich selber. Ich dachte da auch, ja, Excel, das kann doch jeder, das ist doch Babykram. Ja, ist aber nicht so, ja? Ja, jeder von euch da draußen, das ist meine These, hat Expertenwissen, was, sage ich jetzt mal, gut genug ist, um es anderen Leuten zu verkaufen, die nicht so gut sind. Und es geht auch teilweise nicht darum, dass das Wissen so einmalig ist, so toll, sondern auch darum, manchmal will ich auch einfach jemanden sehen, der mir das erklärt, der mir einfach sympathisch ist. Allein das ist schon ein Alleinstellungsmerk. Manche Leute mögen mich, manche Leute mögen meinen Konkurrenten lieber. Ja, ne? Aber so ist es halt. Ich erkläre die Sachen auf meine Art und die Leute mögen es halt, meine Kunden mögen nicht so, wie ich bin und die anderen mögen ihn. So. Aber jeder hat seine Daseinsberechtigung und jeder da draußen kann eben mit Online-Kursen Geld verdienen, wenn er das möchte. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Faktor, Expertenstatus. Wenn du Angestellter bist, dann, und du bewirbst dich um eine neue Stelle oder sowas, ne? Also du willst eine andere Firma. Heutzutage mit Social Media, das ist total wichtig. Und wenn zwei Leute sind, um mal bei dem Beispiel Excel zu bleiben und die haben beide die gleiche Erfahrung, den selben Lebenslauf und der eine hat ein Juli-Mikro mit, was weiß ich, 10.000 Leuten drauf, das ist schon echt, ja, ein Faktor. Ja, du bist ein Experte, du kannst dich positionieren, alle sehen das und das wird dir auch in deinem Hauptjob sehr, sehr helfen. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Vielleicht noch einen Tipp von mir, einen Experten-Tipp. Wenn du kein Experte bist, aber du bist der Technik-Freak und willst trotzdem Geld verdienen, such dir vielleicht in deiner Familie den Experten. Du hast jemanden in der Familie, der mit Hunden gut umgehen kann und mit denen du einen Hundekurs machen könntest. Ich hätte sofort, meine Oma ist leider tot, ich hätte mit meiner Oma, würde ich sofort fünf Videokurse machen zum Thema Backen und so, wie sie ihr Käsekuchen backt und viele andere Sachen kocht und so. In der schönen Küche meine Oma filmen, sie erklärt ihre Rezepte und so. Meine Oma kannte alles über Kräuter und Sachen und die hat so viel Wissen gehabt, die konnte Häkeln nehmen und so, aber auf einem richtig hohen Niveau und konnte das einem auch beibringen und so. Ich hätte wirklich mit meiner Oma sofort fünf oder zehn Videokurse gemacht und hätte meine Oma als Expertin genommen und ich würde einfach hinter der Kamera stehen und würde das einfach filmen, was meine Oma alles sagt. Ich glaube, das wird so gut ankommen. Also selbst, wenn du nicht der Experte bist, du bist jetzt und deine Frau ist die Expertin oder andersrum, dein Mann ist der Experte, man kann das auch als Paar zusammen machen. Der eine übernimmt die Technik, der andere übernimmt das vor der Kamera. Wir kennen alle irgendwie jemand, der Experte ist und macht dann einfach eine Partnerschaft. Das ist so genial. Und wenn du einmal dieses Wissen hast, kannst du dir auch mehrere Partner aufbauen. Mit den einen machst du den Hundefilm, mit der Oma machst du den Häkelfilm und so weiter. Es ist doch unbegrenzt. Du kennst dann halt jemand anders, der dann halt wieder ein Apple-Genie ist und du machst halt ein MacBook, wie man halt die Software benutzt und so diesen Automatiator, wie heißt der Auto, keine Ahnung, dieses Automator. Wo dann halt noch nicht mal die Leute im Mac-Store, im Apple-Store wissen, wie das funktioniert oder so. Wo ich sage, da ist ein Logikfehler drin, das funktioniert nicht oder so. Aber es gibt da auch keinen Kurs zu oder so, dass halt dann halt diese Automatisierung von den E-Mails oder so raushaut. Also das ist so genial. Wir kommen jetzt auch zum Schluss. Die Links sind unter den Videos und auch beim Podcast in der Shownote. Du hast noch mal so das letzte Wort. Ich weiß ja, dass du Kohle verdienst und das ist echt geil und was würdest du noch mal so raten zum Thema Erfolg? Ich weiß ja, also auf jeden Fall durch das Interview, du warst zwei Jahre lang, hattest keinen Erfolg damit und hast dann trotzdem weitergemacht. Was für ein Mindset-Typ ist man dann halt, wenn man zwei Jahre auf die Fresse fliegt und denkst so halt, ehrgeizmäßig, ich mache das jetzt und so. Und es gab ja dann auch keinen anderen Kurs, den du halt kaufen konntest oder so und kein Wissen aneignen konntest oder so. Und was denkst du noch für Leute, die nach zwei Wochen aufhören und sagen, hey, das funktioniert alles nicht oder so? Die Frage geht, nee, 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 nicht deswegen. Ich reg mich nicht auf, sondern die Frage geht mir unter die Haut, weil da hast du jetzt echt einen Nerv bei mir getroffen. Also ich komme aus einer Familie mit sehr vielen Todesfällen und meine Eltern sind gestorben, mein Bruder ist gestorben und Tanten und so und ich finde, das ist jetzt wirklich mein voller Ernst, jeder Mensch muss sein Potenzial ausschöpfen, solange er Zeit dazu hat. Und solange ich, egal worum es geht, wenn ich gerne Geld verdiene, möchte ich mit Online-Kursen, weil ich zum Beispiel mir diese Freiheit haben will, dass es mir gut geht und dass ich meinen Kindern ins Legoland fahren kann oder so. Und das ist mein Ziel. Ich muss dafür sozusagen, ich muss gucken, ob ich mein Potenzial schon ausgeschöpft habe oder nicht. Wenn ich, das ist dieses Mindset, wenn ich weiß, dass, wenn ich weiß, ich hätte noch das probieren können, dann lässt mich das nicht los. Weißt du? Also ich denke, das Mindset ist einfach, ich habe noch nicht alles versucht. Deswegen muss ich dranbleiben. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben oder irgendwie stur zu sein oder irgendwie dumm zu sein, sondern ich sage, ich habe noch nicht alles versucht. Erst wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles probiert und es funktioniert immer noch nicht, dann mache ich halt was anderes. Und solange es doch so viele Leute da draußen gibt, die Erfolg haben, dann denkst du, ja, anscheinend weiß ich irgendwas nicht, was der weiß. Also muss ich es rausfinden. Okay. Sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall am Ball bleiben. Und danke für das Interview. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Danke für den Gutschein für die Kunden und wer jetzt durchstarten möchte, es gibt keine Ausreden mehr. Und ich hatte mal an meinem Spiegel einen Spruch, heul nicht kämpf. Weil ich eine Zeit dann auch so ein bisschen, wo vor 15 Jahren oder so immer mal wieder so im Heulen war. Also jetzt nicht mit Tränen, sondern einfach so, alle anderen sind böse zu mir, alles ist ungerecht, die anderen sind schuld und so. Da hatte ich den Spruch, heul nicht kämpf. Es ist unser Leben. Wir können uns das holen, was uns zusteht. Und wir machen das ja auch so, wie du auch für deine Kinder, damit du deinen Kindern etwas leisten kannst. Weil was ist die Option? Einen ganz normalen Job, am 20. nichts mehr zu fressen im Kühlschrank? Oder dann halt am 15. zu denken, hey, Kinder, eine Pizza, Kino, ey, den neuen Adventure-Film mit meinem Kino, kann ich mir nicht leisten. Das sind ja sofort 50 Euro oder so. Oder halt Disneyland oder so. Wir wissen alle, dass so ein Freizeitpark mit einer Familie geht, dass das halt dann auch so mal 200, 300 Euro sein kann oder so. Aber das ist einfach mal zu leisten. Es ist wirklich so, das Leben ist so kurz. Und du musst das verdammt nochmal genießen. In vollen Zügen. Und wenn da halt zugehört, du willst gerne mal nach New York fliegen, so wie du letztens gesagt hast, und da einen Kaffee trinken, dann willst du nicht, dass es eben daran scheitert, dass du es dir nicht leisten kannst. Oder zum Beispiel, letztens, die Story kennst du euch, ich hatte einen Zahnarztbesuch und die haben gesagt, ja, wir können ihnen den Zahn, also entweder wir ziehen ihnen den Zahn oder sie zahlen 5.000 Euro. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht der Typ, dass ich einen Zahn ziehen lässt, nur weil es billiger ist. Ja? Dann verdiene ich mir halt die 5.000 Euro irgendwo. Und dann bezahle ich das. Und natürlich habe ich das gemacht. Und das ist dieses Mindset, ja. Sehr, sehr geil. Also wir machen jetzt auf jeden Fall Schluss. Es gibt auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Monaten nochmal ein Erfolgsinterview über Mindset, weil ich weiß, dass du ein klasse Typ bist. Und danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao. So, leider war es schon wieder für heute. Ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest auf iTunes, Google. Und auch eine positive Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung hilft mir natürlich weiter, um mehr Reichweite aufzubauen mit meinem Podcast. Und auch interessante Gäste zu bekommen. Die wollen natürlich auch immer einen Podcast, der eine Reichweite hat. Deshalb wäre mir das sehr, sehr lieb. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Show. Ciao. Ciao.